So, wir sind im letzten Video nicht ganz fertig geworden mit unserem Höhenmesser über Grund. Deswegen bauen wir den jetzt fertig. Was bis jetzt geschah, wir haben das Ding, die Klasse erzeugt, wir haben die Grafik platziert, die einzelnen Segmente platziert und jetzt kümmern wir uns mal darum, dass wir die Segmente entsprechend der Höhenangabe ein- und ausschalten. Gut, das läuft der Gestalt, dass wir erstmal ein paar Variablen erzeugen. Wie immer, wir versuchen die erstmal als Klassenvariablen zu realisieren, dass der Garbage-Collector sie nicht ständig wegschmeißen muss, wenn wir sie lokal programmieren würden. Also haben wir jetzt ein Private Float und fangen wir mal mit der Hide Over Ground in Feed. Fangen wir mit dem mal an. Dann haben wir, das ist erstmal 0, dann brauchen wir noch einen Wert, der uns die Position der Ziffer angibt. Wir haben ja fünf Ziffern. Die erste hat die Position 1 und sprich ist die Zahl für 10 hoch 1, die nächste ist für die Zahl 10 hoch 2 und so weiter. Wir kriegen das jetzt der Gestalt hin. Wir machen jetzt hier noch einmal eine Integer draus. Digit Value. Gut, das müssen eigentlich alle notwendigen Variablen sein. Wir beginnen jetzt erstmal mit einer Methode, die nennen wir Private Void Update Numbers. Und was wir uns dort holen, ist das Hide Over Ground in Feed. Belegen wir jetzt mit. Jetzt holen wir uns unseren Integerwert und zwar aus Plain Basic Control. Und das Ganze holen wir natürlich aus dem Spatial. Unser Spatial ist ja der Ort, wo wir die Control entsprechend noch einmal rauszaubern können. Also Spatial, getControl, die Klasse heißt Plain Basic Control, Punkt Class. Und hier holen wir uns jetzt unser, halt, Import müssen wir noch klar ziehen. So. Hide Over Ground. Und jetzt machen wir das mal rüber, dass es ein bisschen übersichtlicher wird. So, das ist jetzt unsere Höhe über Grund. Und, ähm, das Ganze müssen wir jetzt nochmal mit unserem, äh, mit unserer Konstante multiplizieren. Jetzt müssen wir kurz nachgucken, wo ich die versteckt habe. Ähm, Code in Feed Factor. Ich mache mal folgendes, wir lagern das Ding mal aus, in die Main Methode, da macht es mehr Sinn. So, weil wir die brauchen ja vermutlich noch ein paar anderen Stellen auch. Dann haben wir jetzt hier ein, na, Altimeter Control. Und das holen wir uns aus der Main, Klasse raus. So. Gut, und jetzt kriegen wir sie hier auch. Main, Code in Feed Factor, dass wir eben aus unseren Koordinatenwerten dann auch tatsächlich die Höhe in Fuß rauskriegen. So, das wäre jetzt die Höhe. Die haben wir jetzt in unsere Variable reingepackt. Und jetzt müssen wir da ein bisschen rumrechnen. Jetzt setzen wir unsere Digital Value erstmal auf 1. Und sagen jetzt, wir gehen jetzt unsere Elemente durch. Also, for end i ist gleich 0. i ist kleiner als meine Segment Elements. So, ich gehe jetzt die einzelnen Ziffern durch. Jetzt sage ich, Da holen wir uns noch was rein. Und zwar Private and Current Digit Value. Das ist der tatsächliche Wert, der dann auf dieser Ziffer angezeigt werden soll. Den holen wir uns jetzt hier raus. Und zwar ist es nichts anderes, wie unsere Höhe über Grund in Fuß, geteilt durch mein Digit Value. In dem Fall geteilt durch 1. Da machen wir ja auch ein int draus. So, wir bewegen uns ja voll im Integer-Bereich. Und da muss dann hier genau noch eine Klammer drum, dass wir den kompletten Wert eben jetzt konvertieren in ein Integer-Wert. So, als nächstes wollen wir von diesem Wert nur den durch 10 teilbaren Restwert haben. Also, This Current Digit Value. Und jetzt mache ich hier mein Modulo 10. Modulo ist gleich 10. Das heißt, ich hole mir nur den Rest der 10er-Division. Das wäre jetzt in dem Fall die allererste Stelle. Und jetzt schauen wir noch, dass wir, soll man noch kurz nochmal nachdenken, das müsste eigentlich jetzt okay sein soweit. Wir können noch eine kleine Schutzmaßnahme einführen. Das machen wir jetzt aber gleich. Jetzt gehen wir erstmal durch die Segmente vor und i ist gleich, äh, halt j gleich 0. j ist kleiner als this Segment Elements von i längst. Das wären jetzt diese sieben Elemente, Segmente, die ich habe. j plus plus. So, jetzt gehe ich alle meine Elemente durch. Und jetzt sage ich if und jetzt holen wir uns diese Matrix hier rein. Diese Matrix hat uns ja für jede Position, also jede Ziffer, die einzelnen Segment-Positionen gegeben, ob die jetzt auf True oder auf False stehen. Das heißt, wir lesen die jetzt aus. Dieses Teil hier. Und zwar holen wir uns jetzt ähm, die, ähm, ähm, das Current Digit Value, der tatsächliche Wert, und dazu das j, das ist das aktuelle Segment, das wir uns durch diese Schleife hier anzeigen lassen. Also das geht ja durch die aktuellen Segmente meiner aktuellen Anzeige durch und, ähm, geht jetzt auf die Fragestellung ein, oder auf die Frage ein, muss jetzt hier das aktuelle Segment für diesen, für diesen, ähm, Digit Value, also für diese anzeigende Ziffer, ähm, True oder False sein, also angezeigt oder nicht angezeigt. Jetzt sehen wir hier, jetzt haben wir hier ein potenzielles Problem, wenn dieses Digit Value ungleich, oder kleiner Null ist. Es kann sein, wenn ich beim Crash zum Beispiel unter die, äh, unter das Terrain komme, das heißt, ich muss jetzt sagen, if this current digit value ist größer oder gleich Null, nur dann darf ich das machen. Das ist ein reiner Schutzmechanismus. Wenn dem jetzt so ist, also wenn dieses aktuelle Segment angezeigt werden muss, dann mache ich jetzt folgendes, ähm, ich sage, this segment elements von i, also die aktuelle Position, j, das segment element, Punkt, set callHind, und hier sage ich jetzt callHind always, das schaltet das Ding aus, else, halt, das schaltet aus, das brauche ich hier im else-Zweig, und in struis brauche ich es auf 1, also, inherit, so stelle ich mir das jetzt vor. Also, wir sagen, wenn mein current digit value größer gleich Null ist, dann gehe ich die sieben Segmente durch von meiner aktuellen Zahl, und wenn für diese aktuelle Zahl aus meiner Segment-Matrix der Wert, der Segment-Wert auf true steht, dann zeige es an, ansonsten zeige es nicht an. Was fehlt jetzt noch? Ah ja, jetzt muss ich noch sagen, das ist digit value mal ist gleich 10, im nächsten Durchlauf werden wir dann können wir eigentlich auch hier machen, so, dann soll der Wert eben entsprechend hochgetragen werden, dass wir die einzelnen Elemente eben die einzelnen digital Anzeigestellen durcharbeiten. So, jetzt brauchen wir dieses update numbers noch an einer ganz bestimmten Stelle, und zwar genau hier, das update numbers, ja, jetzt gucken wir mal, ob das Ding auch hinhaut, dann lassen wir den Ding mal laufen, so, wie ihr seht, gibt es eine Anzeige, die Ziffern laufen durch, momentan bewege ich mich auf ebenem Terrain, das heißt, meine Anzeige muss ungefähr, die digitale Anzeige muss ungefähr so sein, wie mein Höhenmesser, jetzt mal ungefähr auf 700, das passt, jetzt fliegen wir mal in Richtung eines Berges, und dann müsste es eigentlich so sein, dass meine Höhe über Grundanzeige kleiner wird, als das, was mir der Höhenmesser anzeigt. Tatsächlich, hier geht es auf 600 runter, obwohl der Höhenmesser jetzt irgendwo bei 2000 irgendwas ist. Also, funktioniert, soweit, jetzt müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten einbauen, dass wir vollständig unseren Code haben, also als allererstes Mal bauen wir hier wieder unseren Times-since-last-calculation-Prüfung ein, this times-since-last-update plus ist gleich tpf, und dann if this times-since-last-update alt ist größer, minimal calculation-loop-time, dann machen wir den Update, so wie beim Höhenmesser auch, gleiches Prinzip, und was wir noch gar nicht gemacht haben, das werde ich jetzt hier an der Stelle noch kurz ergänzen, und zwar public control clone for spatial. Das müssen wir noch kurz machen. Der kriegt einen override. und hier machen wir folgendes, final alt over ground control control ist gleich new alt ground control und hier hoppla jetzt müssen wir das special noch setzen control set special unser special das müsste so weit jetzt hinhauen und zu guter Letzt haben wir noch unser return control control also ob wir jetzt hier auch noch mal na gmx meldet sich brauchen wir nicht import hier sind wir und die Parameter von unserem Konstruktor holen wir uns jetzt ganz einfach ganz frech hier raus und zwar das müssten die hier sein schauen wir mal alle anderen Parameter brauche ich nicht die passen instrument instrument lower grid pos was ist denn das für ein krampf hier das muss man ausbessern wenn ich mich recht entsinne habe ich mir das auch von dem altimeter control geklaut das ist der ja hier müsste es auch instrument stehen ja nicht gut besser so jetzt machen wir nämlich folgendes dieses dieses clone gedöns das kriegen wir eins zu eins auch für unseren altimeter control der braucht nämlich auch einen clone und dann soll er ihn kriegen so und das einzige was er jetzt noch haben will ist dass wir hier den richtigen instanzieren wieso modzt der hier schauen wir mal so das müsste jetzt genauso hinhauen ist das ein Fehler oder was ist das ja warum auch nicht so gut jetzt lassen wir das Ding nochmal schnell fliegen um zu gucken dass diese Loop-Geschichte also diese Begrenzung der Bearbeitungszeit Bearbeitungszeit hier kein Problem macht nö funktioniert noch er läuft sauber mit und zeigt mir auch schön die Höhe an so das war jetzt kein großer Akt wir haben jetzt ein Höhenmesser über Grund ein Höhenmesser allgemein also ich weiß gar nicht wie man das nennt absoluten Höhenmesser oder eben Luftdruck basiert und das funzt schauen wir mal schauen wir mal lassen wir hier ein bisschen runter kommen dann kann man wirklich sehen dass hier knapp über 0 läuft genau also funktioniert was wir jetzt als nächstes uns vornehmen wird ein recht kompliziertes Instrument sein das ist der künstliche Horizont da werde ich schon ein paar Videos brauchen damit wir da alles entsprechend sauber rein kriegen wann ich dazu komme weiß ich noch nicht das wird in den nächsten 1-2 Wochen wohl sein aber den brauchen wir auf jeden Fall noch nicht weil er so notwendig ist für das Spiel sondern weil es einfach cooler ausschaut wenn man so ein Teil drin hat der wird einiges an Ressourcen fressen aber trotz allem glaube ich dass wir so ein Teil einbauen werden und wenn wir den haben dann werden wir noch ein bisschen an den Flugzeug Parametern rumschrauben an den physikalischen Parametern weil momentan ist der Auftrieb von der Kiste viel zu hoch das merkt man wenn man damit ein bisschen rumspielt da werden wir noch ein paar Anpassungen machen müssen aber für jetzt glaube ich haben wir schon ganz witzige Sachen eingebaut und ja dann hoffe ich dass ihr das alles fein nachbaut und bis zum nächsten Video und das ist ein Gott von der Kiste dass ihr das Vielen Dank.